hey ich bin's wieder chris und willkommen zur fünften folge unserer serie road to affiliate ja dann erst mal für dein abo andreas schmied lechner cool dass du dabei bist und ja dann kommen wir jetzt auch schon ja so zum letzten schritt den wir als selbstständige fiel jetzt um die wir uns kümmern müssen und zwar ist es die steuererklärung ich mache die einmal im jahr meist immer im januar und da will ich euch halt mal so ein paar sachen zeigen und vielleicht noch ein paar tipps mitgeben ja als erstes mal braucht ihr natürlich bei elster ein account das online finanzamt dass ihr dann gleich mit eurem steuerprogramm das ganze online auch übermitteln könnt an euer finanzamt ja wie man sich bei elster anmeldet wie man das da alles macht und wie das abläuft das hatte ich im vorletzten video euch schon mal gezeigt und erklärt im video zum steuererfassungsbogen welche ich denke ich auch noch beim i oben verlinken das video und ja dann ist ja natürlich erst mal die frage ist bei der steuererklärung als einzelunternehmer und eben als selbstständiger affiliate ja machen wir jetzt die steuererklärung ganz alleine ohne hilfe zum beispiel mit so excel tabellen da gibt es auch so vorlagen auf bestimmten websites man sich herunterladen kann kann ich euch nicht empfehlen weil es ist am anfang einfach zu schwierig finde ich und da ist auch man kann auch viel zu viele fehler machen gerade wenn man es zum ersten mal macht und dann die zweite möglichkeit wäre mit einem steuerprogramm mit einer steuer software die euch eben da unter die arme greift das ist der weg den ich auch gewählt habe und so mache ich es aktuell auch immer noch und da hilft euch eben das steuerprogramm gemeinsam mit euch die steuererklärung eben zu machen und durchzugehen die dritte möglichkeit ist natürlich dann die beste indem ihr natürlich euren eigenen steuerberater habt ja wenn ihr euch das leisten könnt schon dann würde ich euch das auf jeden fall empfehlen ansonsten steuerprogramm und zu den steuerprogrammen wollen wir dann jetzt auch gleich mal kommen erst mal möchte ich jetzt zwei steuerprogramme software zeigen die ich ganz gut finde wo ich gehört habe auch dass sie gut sein sollen das auch gelesen habe und die ich in zukunft auch mal austesten möchte und zum schluss möchte ich dann noch mein aktuelles steuerprogramm zeigen dass ich aktuell nutze also kommen wir erstmal zu den beiden steuerprogramm die ich in zukunft austesten will und die ich ganz gut finde und vor allem auch modern finde das erste ist tax fix habe ich auch schon viele gute sachen darüber gehört ihr seht ihr könnt ihr kostenlos starten könnt ihr online eure steuererklärung anfangen die haben auch eine app dass er sogar über das handy gewisse sachen machen könnt ihr seht es hier ihr könnt erstmal kostenlos eure erstattung berechnen lassen und dann könnt ihr auch mit tax fix eure steuererklärung am ende abgeben das würde euch dann natürlich einmal pro jahr wo ihr eben eure steuererklärung abgeben müsst 39 99 in unserem fall als selbstständiger als einzelunternehmer kosten weil wir eben eine abgabepflicht haben also wir müssen eine steuererklärung abgeben deswegen ja das gute ist natürlich auch bei den steuerprogrammen kann man meines wissens sich die kosten für die für die steuerprogramme für die steuersoftwares auch eben dann innerhalb der steuererklärung zurückerstatten lassen dass er quasi betriebsausgaben sind daher dieses steuerprogramm für euren betrieb für gewerbe gekauft habt also kann da gut sein dass er das geld später zurückerstattet bekommt ja vielleicht noch kurz der hinweis das ganze ist natürlich auch wieder keine rechtsberatung das sind nur meine persönlichen erfahrungen die ich gemacht habe genau ihr seht ja auch schon wie viel hier schon rückerstattet wurde mit tax fix wie viele steuerexperten die haben wie viele mitarbeitende hier seht ihr auch wie es funktioniert ihr seht ihr wir können das ganze auch über die app bequem machen und können dann eben hier kostenlos starten genau und habt dann hier so ein fragebogen alles ganz schön und modern gemacht damit die da erstmal ja gucken können wie das bei euch alles so ist genau die kosten hat man sich eben auch schon angeguckt wenn dann wie gesagt in unserem fall die 39,99 euro eben einmal im jahr für die steuererklärung für die abgabe der steuererklärung dann auch gleich an das finanzamt genau ja dann die zweite möglichkeit wäre hier wundertax finde ich auch sehr schön gemacht auch sehr modern habe ich auch bisher nur gutes drüber gehört also viel gutes drüber gehört ja ihr könnt ihr eure steuererklärung online machen die haben bestimmt auch eine app könnte ich mir gut vorstellen weil sie ist gar nicht genau gucken wir mal kurz nach wundertax genau die haben auch eine app das heißt da kann man auch sachen am smartphone erledigen ihr seht hier wie viel im durchschnitt wundertax nutzer zurückbekommen haben an steuererstattung seht ihr dass ihr auch tipps bekommt dass es durchschnittlich sogar nur 17 minuten dauert gut bei uns jetzt als einzelunternehmer dann kann es natürlich ein bisschen länger dauern aber es ist trotzdem relativ fix und das coole ist auch ihr könnt das ganze kostenlos testen einmal alles komplett durchgehende steuererklärung und nur wenn ihr dann am ende zufrieden seid mit dem ergebnis der steuererklärung dann könnt ihr das ganze über hundertax abgeben und dann kostet es mit ziemlicher sicherheit dann auch was ich weiß es leider noch nicht ganz genau wie das hier kostet ihr könnt auf jeden fall kostenlos starten indem ihr einfach eure e mail adresse anmeldet oder hier auf kostenlos ausprobieren geht und dann wie gesagt könnt es bis zum ende durchgehen wenn ihr zufrieden mit der steuererklärung seid dann könnt ihr es über hundertax abgeben und dann wird es mit ziemlicher sicherheit auch was kosten aber ich würde es mal so schätzen ich weiß es nicht ganz genau dass es vielleicht in etwa wieder in dem rahmen wie bei tax fix liegt also ich denke mal so teuer wird es jetzt auch nicht sein genau und ich habe auch schon gelesen auf der hundertax startseite dass hier schon hunderte millionen euro an steuererstattung für den ihre kunden eben zurück erstattet wurden was natürlich echt viel wäre wenn das hier wirklich stimmt was ich mal wohl von nicht mal ausgehe ja jetzt kommen wir dann zur dritten und letzten software die ich euch gerne zeigen möchte und das ist das programm was ich aktuell nutze und zwar ist das tax 2021 professional für für die steuererklärung 2021 die ich dann im januar 2022 machen werde wird es dann denke ich mal tax 2022 sein dann und das ist von buhl das könnt ihr von der website von buhl eben kaufen ich werde euch alle links zu den programm auch in die video beschreibung packen und auch in angekündeten kommentar könnt ihr euch da gerne mal durchklicken und ja wir brauchen auf jeden fall die tax professional version weil wir auch die er machen müssen und weil es eben weil wir eben steuererklärung auch für unser einzelunternehmen machen und deswegen reicht das normale tax nicht sondern vor dem das tax professional und ihr könnt es ja wie gesagt hier von der webseiten buhl kaufen und ihr seht hier das ganze kostet rund 35 euro pro jahr was finde ich auch ein sehr fairer preis ist also würdet ihr nur einmal im jahr bezahlen wenn man auch einmal die steuererklärung macht normalerweise und das schöne ist wie gesagt ich habe gehört man kann sich ja auch die kosten wieder zurückerstatten lassen weil das ja weil man ja das steuerprogramm für sein gewerbe wie gesagt für sein unternehmen kauft und deswegen das auch eine art betriebsausgaben wieder sind das kann man auf jeden fall probieren sich zurückerstatten zu lassen ja mit tax 2021 wir gucken das gleich noch mal kurz rein ich will da noch mal kurz mit euch durchgehen vielleicht schon mal die ersten paar tipps geben das werde ich ja in zukunft auch noch ein paar speziellere tutorials zu tax 2021 aufnehmen wo ich nämlich mal probleme oder herausforderungen hatte die ich jetzt dann gelöst hatte da werden wir noch spezielle dinge noch eingehen ansonsten bin ich bisher sehr zufrieden mit dem programm gewesen und meine letzte steuererklärung ist da auch ohne probleme mit durchgegangen so sieht es dann hier aus wenn ihr euch das dann gekauft und runtergeladen und installiert habt bei windows jetzt zum beispiel sieht es dann hier so aus ja wir haben hier einmal ein handbuch da könnt ihr euch eben bestimmte sachen raussuchen ihr könnt auch immer mit steuerung f bestimmte wörter suchen in dem dokument und die werden euch dann hier markiert und können hier mit dem fall durchgehen und da könnt ihr euch eben hier anleitung zu dem programm an sich durchlesen falls ihr mal mit dem programm nicht klarkommen solltet ansonsten haben wir auch einen steuerratgeber der immer aktualisiert wird also es gibt auch regelmäßig updates für das programm als ich in das programm geöffnet hatte war auch wieder ein neues update verfügbar weil die steuerlage und rechtslage verändert sich ja ständig und deswegen kommen wir auch öfter updates die das ganze aktualisieren das ist dann noch alles passt am ende in eure steuererklärung und hier in dem steuerratgeber habt ihr dann halt noch rechtliche tipps zu ihrer steuererklärung wenn ihr da was bestimmtes sucht könnt ihr euch auch wieder mit steuerung f ein bestimmtes wort eingeben und dann findet ihr das schnell unter diesen vielen hunderten seiten hier 465 seiten ja dann auch sehr sehr cool ist das tax forum habe ich selbst schon genutzt und hier könnt ihr euch halt mit anderen nutzern von tax ja austauschen und könnt auch fragen stellen und euch eben auch helfen lassen oder wenn ihr lust habt auch anderen helfen könnt ihr euch einfach hier einmal registrieren hier oben rechts habe ich auch gemacht und da hatte ich echt auch schon mal zwei probleme hier in dem forum gepostet und da ein paar fragen gestellt und da können wir dann tatsächlich auch weitergeholfen werden so dass ich dann da eine lösung am ende hatte also das ist doch super cool dass man sich an dieser community untereinander gegenseitig weiterhelfen kann können wir natürlich auch gerne hier auf meinem youtube kanal machen wenn ihr irgendwelche fragen noch hier dazu zu den themen dann natürlich immer gerne rein in die kommentare damit da können wir uns genauso auch noch austauschen und gegenseitig weiterhelfen ist immer eine ganz gute sache finde ich dafür sind ja solche community star ja dann haben wir auch noch die spark clips das ist auch sehr schön da haben wir wirklich hier direkt videos also ihr kriegt ihr direkt zu bestimmten themen wo ihr mehr darüber wissen wollt kriegt ihr direkt video anleitung dazu direkt von tax und da erklären die euch dann halt in dem video was so das dass ihr danach besser bescheid wisst und hier links im menü habt ihr die bestimmten themen wo ich dann euer thema raussuchen können ansonsten könnt ihr auch immer hier oben in der suchleiste ein bestimmtes wort eingeben ein bestimmtes thema nachdem ihr halt gerade sucht zu dem ihr mehr wissen wollt ja dann haben wir jetzt hier noch die muster schreiben da findet ihr halt bestimmte vorlagen bestimmte muster wenn ihr ja irgendwas bestimmtes einreichen will zum beispiel beim finanzamt irgendwelche anträge oder irgend sowas die findet ihr dann hier als fertige vorlage und müsst sie dann nur noch fix ausfüllen das ist natürlich auch sehr cool ja ansonsten hier bei der hilfe erhaltet ihr noch alle mögliche andere hilfe zu dem programm und könnt ihr auch dann im menü links euch euer problem oder euer thema was wozu was wissen wird raussuchen wieder und hier auch in der suchleiste wieder nach einem bestimmten begriff nach einem bestimmten thema suchen da bekommt ihr auch noch mal hilfe innerhalb vom programm also ist wirklich sehr gut gemacht schon mal finde ich hier dass man sich auch schon mal ein bisschen selbst weiterhelfen kann falls man mal nicht klar kommt ja hier in dem gelben bereich seht ihr immer aktuelle tipps die es gerade so gibt auch mit datum wann der tipp hier gepostet wurde und kommt ihr auch direkt zu einem beitrag wo ihr noch mehr dazu lesen können zum thema ja ansonsten haben wir hier links im menü jetzt das wichtige natürlich immer unsere steuererklärung ja welche steuererklärung sind sie überhaupt relevant also ganz kurz vielleicht noch hier in der mitte könnt ihr einmal ein musterfall euch angucken hier zum beispiel musterfall von jemanden der ledig ist oder falls ihr verheiratet seid dann musterfall von jemanden der verheiratet ist elektronischer steuerbescheid vorausgefüllte steuererklärung das könnt ihr euch mal angucken um mal zu sehen wie sowas ja richtig dann aussehen könnte so eine steuererklärung am ende da haben die euch hier schon so ein muster vorbereitet dass ihr euch da auch so ein bisschen daran orientieren könnt ist natürlich auch sehr schön ja ansonsten könnt ihr hier eine datenübernahme aus dem vorjahr machen also habt ihr im letzten jahr eure steuererklärung schon mit tax gemacht dann könnt ihr die hier vom vorjahr übernehmen das ist dann gleich wieder das programm hier importiert wird dass sie dann weniger arbeit habt das ist auch eine sehr coole funktion ansonsten wenn ihr hier das erste mal das programm irgendwie öffnet und ganz neu anfangen dann könnt ihr hier auf neu gehen und dann eben eure steuererklärung neu erstellen ansonsten seht ihr hier auch schon geöffnete ja steuererklärung die ihr schon mal gemacht habt zum beispiel ist hier meine von 2020 gerade noch drin die könnt ihr dann jederzeit wieder öffnen und ansonsten könnt ihr auch auf öffnen gehen und könnt dann von eurem computer eben ja dateien alte steuererklärung zum beispiel raussuchen und dann auch hier rüber öffnen im programm hier genau ja jetzt welche steuererklärung sind jetzt überhaupt relevant für uns als selbstständiger affiliate als einzelunternehmer also auf jeden fall müsst ihr immer machen habe ich auch gemacht ist die einkommenssteuer die müssen wir immer machen für eben alle einnahmen die wir überhaupt hatten dann müssen wir als selbstständiger viel als einzelunternehmer eben die gewinnermittlung machen ja das ist bei uns bei den meisten von uns die auch anfangen die eur dann die einnahmeüberschussrechnung das geht dann hier bei der gewinnermittlung und später wenn ihr die umsatzgrenze erreicht also wenn ihr im jahr so und so viel umsatz macht ich glaube es war bei der gewerbesteuer müssten es irgendwas bei 24.000 euro im jahr umsatz gewesen sein nagelt mich bitte nicht fest jetzt nur so circa was ich noch im kopf habe kann sein dass es mittlerweile höher oder mehr oder weniger ist aber so um den dreh und wenn ihr da halt über diesen diese sagen wir es mal 24.000 euro umsatz im jahr macht dann müsst ihr auch gewerbesteuer abführen das heißt dann müsst ihr auch hier diese gewerbesteuererklärung machen das geht dann hier unter dem punkt ansonsten haben wir auch noch die umsatzsteuer die umsatzsteuererklärung da ist es auch so dass ihr die nur machen müsst falls ihr bei eurer bei eurem steuerlichen erfassungsbogen am anfang beim finanzamt die kleinunternehmerregelung nicht in anspruch genommen habt dann müsst ihr die meistens machen ich hatte sie damals bei mir am anfang in anspruch genommen deswegen musste ich sie erstmal nicht machen oder halt wenn ihr da auch wieder die umsatzgrenze erreicht habt ich glaube das war mal was bei 17.500 im jahr wir gucken mal kurz okay sollten aktuell 22.000 euro in einem jahr sein also wenn ihr in einem jahr mit eurem unternehmen über 22.000 euro umsatz macht so wie ich das jetzt hier lese dann müsst ihr eben auch umsatzsteuer spätestens dann eben auch abführen und dann müsst ihr eben auch hier diese umsatzsteuererklärung machen bei mir war das im ersten jahr noch nicht der fall weil ich diese grenze noch nicht erreicht hatte im jahr und da ich auch die kleinunternehmerregelung in anspruch genommen hatte deswegen musste ich die auch nicht machen deswegen war es bei mir wirklich nur die einkommenssteuererklärung und die gewinnermittlung also die einnahmeüberschussrechnung ja angefangen hatte ich mit der gewinnermittlung also mit der einnahmeüberschussrechnung aus folgenden grund hier werden dann natürlich erstmal nur alle einnahmen und ausgaben aus eurem unternehmen ermittelt und bei der einkommenssteuer geht es dann um alle eure einnahmen also auch außerhalb von eurem unternehmen auch private sachen oder zum beispiel auch so sachen wie anlagen also aktien gewinne und sowas so kapitalerträge heißt es glaube ich und dann könnt ihr wenn ihr hier die gewinnermittlung als erstes macht könnt ihr die dann später bei der einkommenssteuer weil die da auch nochmal erwähnt werden muss könnt ihr die dann einfach importieren deswegen habe ich als erstes die gewinnermittlung also die euer gemacht das kann ich euch auch empfehlen ja wenn ihr die dann machen wollt dann wählt ihr hier erstmal links im menü den punkt aus ich würde wie gesagt hier mit der gewinnermittlung anfangen und dann könnt ihr jetzt hier auch wieder entweder datenübernahme aus dem vorher machen oder ihr könnt die öffnen wieder eine alte und die euch nochmal angucken oder bearbeiten oder als vorlage auch nehmen oder ihr könnt hierbei wenn ihr nur öffnen geht vom computer wieder irgendeine raussuchen könnt ihr zum beispiel auch wenn ihr bekannte habt die sowas schon mal gemacht haben hier mit dem programm zum beispiel durch zufall und die haben das schon mal hier drüber gemacht und schon abgegeben und bei denen hat alles gut geklappt dann könntet ihr auch denen ihre steuererklärung hier öffnen und euch das dann sozusagen als vorlage angucken genauso ähnlich hatte ich es bei mir nämlich am anfang auch gemacht damals ansonsten wenn ihr die komplett neu als erstes erstellt dann geht ihr hier mal auf neu wir gucken jetzt mal ganz kurz durch ich will jetzt hier nicht dass das video zu lange wird wie gesagt ich werde in Zukunft noch Videotutorials machen für euch wo ich auf bestimmte Dinge eingehe wo ich mit tags mal Probleme hatte und die ich dann gelöst hatte bekommt jetzt erst mal eine einleitung geht dann noch weiter müsst euch im prinzip alles hier nur immer ordentlich durchlesen und dann eben das für euch relevante auswählen so ihr werdet ihr gefragt ob ihr daten übernehmen möchtet also falls ihr schon mal eine gewinnermittlung gemacht hattet könnt ihr hier daten übernehmen zum beispiel sowas wie eure anschrift euer name sollte ja immer gleich bleiben und da habt ihr dann weniger arbeit und da könntet ihr deswegen hier ja drücken falls ihr da schon eine mal gemacht halt mit dem programm hier ja ich lass es jetzt mal bei nein wir gehen jetzt mal davon aus dass wir das hier zum ersten mal machen so dann für welches jahr die gewinnermittlung ist also wenn wir dann jetzt im januar 2022 unsere steuererklärung für 2021 machen für das komplette jahr 2021 würden wir natürlich jetzt 2021 auswählen so wäre es dann auch bei mir beim nächsten mal was ich hier auswählen würde gehen dann hier auf weiter so jetzt tragt ihr eure ganzen daten hier ein der vorname des unternehmers also von euch der nachname dann falls ihr einen abweichenden firmennamen habt dann halt eben euer firmenname aber beim einzelunternehmen wäre es ja dann wenn dann nur noch euer abweichender firmenname aber dahinter meistens dann noch inhaber und dann wieder euer vor- und nachname weil normalerweise beim einzelunternehmen schon immer der vor- und nachname mit drin dann die art eures unternehmens hier beim fragezeichen könnt ihr euch auch immer noch mal angucken was hier genau gemeint ist genau diese angaben kann man könnte auch aus eurer gewerbeanmeldung wo ich ja auch schon ein video gemacht hatte das war das erste video dieser serie hier könnt ihr das auch übernehmen genau hier der art des unternehmens einzelhandel und so weiter also denke ich mal wenn ich jetzt hier zum beispiel in meinem fall oder in unserem fall jetzt zum beispiel online handel oder handel mit digitalen gütern oder online marketing eintragen ich denke mal das ist hiermit gemeint dann natürlich eure anschrift von eurem unternehmen ja bei uns affiliates ist es meistens zu hause wir arbeiten ja meistens von zu hause aus wenn ihr natürlich ein büro habt dann natürlich könnt ihr auch euer büro angeben und dann auch hier eure kontaktdaten ihr seht sind keine sternchen dran das heißt es ist keine pflicht aber ich würde immer meine e mail adresse noch mit angeben damit die mich halt darüber ja schnell einfach kontaktieren können dass ich auch mal erreichbar bin falls dann irgendwas ist das ist dann für mich ein vorteil deswegen gebe ich meistens meine e mail adresse einfach nur an deshalb geht ihr dann auch wieder auf weiter wir können natürlich jetzt nicht weiter weil ich nichts eingetragen habe auf jeden fall kommt ihr dann noch zum finanzamt und könnt dann da eben einfach euer finanzamt importieren wir tragen immer kurz ein dass wir vielleicht doch noch zum nächsten schritt kommen ok genau da könnt ihr jetzt einfach das bundesland von euch von eurem finanzamt auswählen und dann eben die stadt von eurem finanzamt was für euch zuständig ist und die umsatzsteuer identifikationsnummer falls ihr eben eine habt und falls sie eben umsatzsteuerpflichtig seid hatte ich ja wünschen erklärt bei mir war das wie gesagt am anfang nicht der fall weil ich ja die kleine unternehmerregelung hatte und weil ich die umsatzgrenze von diesen 22.000 oder so im jahr oder was das war noch nicht überschritten hatte ja dann gehen wir weiter geben wir jetzt mal hier mal irgendwas an aus testzwecken ok eure steuernummer falls ihr die schon habt die habt ihr ja bei dem steuerlichen erfassungsbogen entweder schon eingetragen oder eben neu beantragt falls ihr die schon habt könnt ihr die hier eintragen falls ihr sie noch nicht habt könnt ihr die auch später noch nachreichen genau dann seht ihr dann hier auch von dem finanzamt was wir jetzt hier ausgewählt haben dann halt die kompletten daten die werden dann hier automatisch genutzt das macht das programm für euch das ist halt sehr praktisch gehen wir auf weiter genau dann hier wird gefragt ob ihr umsatzsteuerpflichtig im ja wenn bis jetzt im januar 2022 waren dann halt im letzten jahr also 2021 umsatzsteuerpflichtig da waren ja wie gesagt habe ich es schon öfter erklärt in dem video wäre in meinem fall nein gewesen und jetzt hier im kontenplan das ist dann später für eure buchungen die ihr gemacht also es ist einfach für die einnahmen die ihr gemacht haben für die ausgaben die ihr im unternehmen hattet da gibt es dann halt hier so ja konnten von dem programm damit das ganze einfacher für euch geht und da ist hier das empfohlene und da habe ich auch das empfohlene vom programm gelassen also könnt ihr auch empfohlen lassen so habe ich es auch gemacht hier sollen beispiele für buchungen erzeugt werden würde ich auch ja drin das habe ich mir glaube ich auch so gemacht weil dann habt ihr in den buchungen schon beispiele für einnahmen und ausgaben und seht schon mal wie das etwa funktioniert und was ihr da richtig auswählen könnt gehen wir jetzt hier auf weiter und dann könnt ihr jetzt hier wenn ihr auf ok klickt die gewinnermittlung eben einrichten und dann bereitet das tags das programm für euch schon mal so weit vor und ihr könnt dann eben anfangen hier eure stammdaten dann einzutragen hier links im menü und dann hier eure buchungen einzutragen das heißt ihr tragt dann da die einnahmen eure einnahmen ein und eure ausgaben alle ein da könnt ihr dann auf eure konten gucken zum beispiel euer geschäftskonto von n 26 besucher mal ein video gemacht hatte oder natürlich auch paypal konto wenn ihr da einnahmen hattet oder zum beispiel pioneer konto da nichts vergessen da könnt ihr da jetzt reingucken und eure einnahmen und ausgaben hier aufschreiben oder ihr lasst es automatisch von euren konten übernehmen das ist auch eine sehr coole funktion wir drücken jetzt hier mal auf ok so dass wir eingerichtet für uns so jetzt seht ihr hier die nächsten schritte könnt ihr automatisch weitergehen hier mit einnahmen und ausgaben erfassen wäre jetzt der nächste schritt gehen wir drauf und jetzt seht ihr hier haben wir jetzt hier diese buchung und hier ist das coole wir haben jetzt auch die buchungsvorlagen drin da könnt ihr schon bestimmte vorlagen immer dann auswählen hier ist das coole jetzt wir haben jetzt hier online banking umsätze und da könnt ihr jetzt eben das online banking einrichten hier bei verwaltung klicken wir drauf können jetzt hier sagen was ist das für ein konto ist es ein normales bankkonto zum beispiel n 26 geschäftskonto ist es eine kreditkarte oder ist es euer paypal konto und könnt dann hier eben eure daten von eurem konto eingeben und können dann zu dem konto eine verbindung herstellen mit tax mit dem programm und damit automatisch von n 26 geschäftskonto zum beispiel dann eure einnahmen und eure ausgaben hier rein übernommen und ihr spart euch somit eine menge tipparbeit und müsst das hier dann nur noch überprüfen und gegebenenfalls sachen ja abändern oder sachen raus löschen oder so man hat somit euch sehr sehr viel arbeit erspart also das hier kann ich euch sehr empfehlen habe ich bei mir damals auch so gemacht dass ich hier meine n 26 geschäftskonto mit verbunden habe und auch mein paypal konto wo er bei uns als affiliates auch öfter mal einnahmen überfließen genau sagt wie gesagt über daten ein denn hierbei buchungskonto müsste natürlich das richtige buchungskonto eingeben bei mir war es zum beispiel bank einfach ganz normale bank halt es gibt noch so was wie geld transit das habe ich mir angeguckt das bedeutet einfach nur ja falls also das bedeutet einfach nur falls ihr jetzt euer geld von euren paypal konto auf euer n 26 geschäftskonto überwiesen habt und dann von eurem n 26 geschäftskonto auf euer privates bankkonto noch überweist dann wäre es halt ein geld transit weil dann ist es ja nicht mehr auf eurem privaten konto eine einnahme sondern es kam ja einfach von euer geschäftskonto habt ihr es einfach nur rüber geschoben auf euer privates konto das wäre dann zum beispiel geld transit ja hier bei den normalen bankkontos geschäftskonto würde man hier wie gesagt als buchungskonto bank nehmen dann hier noch geführt wird das konto direkt online das hat schon so gepasst wie beim n 26 geschäftskonto und dann könnt ihr dann hier mit eurer bankleitzahl und eurer kontonummer das konto für das online banking einrichten und wenn ihr dann hier drauf klickt es fehlen natürlich noch die angaben müsst ihr erstmal alles hier ausführen was hier rot ist dann könnt ihr das eben direkt mit eurem taxprogramm verbinden euer n 26 geschäftskonto zum beispiel oder eben auch euer paypal konto ja was ich gerade auch noch bei mir probiere mal gucken wie das bei meiner nächsten steuererklärung wird das ist noch keine empfehlung an euch das ist kann wirklich nur mal sagen dass ich das gerade probiere ist dass ich mein geld jetzt nicht direkt also nicht mehr von paypal auf meinen n 26 geschäftskonto überweise und dann für mein n 26 geschäftskonto auf mein privates konto weil dann habt ihr ja auch immer mehr arbeit hier bei der steuererklärung das einzutragen sondern dass ich von einem geschäftskonto weil ich habe ja auch ein paypal geschäftskonto das immer nur auf mein privatkonto überweise dann weil von meinem n 26 geschäftskonto wenn da direkt was ein einnahme drauf geht dann tue ich ja dann auch einen anteil direkt auf mein privatkonto dann überweisen und deswegen habe ich mir so gedacht muss ich ja von paypal nicht das extra von meinem paypal geschäftskonto auf mein n 26 geschäftskonto und dann noch mal auf mein privatkonto weil da müsst ihr natürlich immer dann hier ein geld transit hier noch in eure steuererklärung eintragen habt dann halt doppelt arbeit deswegen mache ich es immer so dass ich auch vom paypal geschäftskonto dann direkt auf das privatkonto überweise aber natürlich trage ich dann hier bei der steuererklärung dann die paypal einnahmen ganz normal ein so dass hier am ende alles vollständig ist das ist was was ich gerade noch probiere falls das gut geklappt hat werde ich euch das dann später mal noch empfehlen weil dann spart ihr euch hier bei der steuererklärung wie gesagt arbeit ja ansonsten jetzt hier gibt es ja noch ganz viele sachen das video können wir sie noch zwei stunden machen was man jetzt machen kann falls ihr bestimmte fragen habt gerne rein damit in die kommentare kann ich euch bestimmt bei vielen sachen noch weiterhelfen weil ich hatte ja auch schon oft sehr viele herausforderungen im programm die ich dann irgendwann gelöst habe und ja genau wie gesagt es wichtig ist wirklich dass ihr euer online banking hier verbindet mit geschäftskonten oder einem paypal konto dann die einnahmen und ausgaben von den konten halt hier in das programm in tax übernimmt und dann hier bei euren laufenden buchung hier bei buchung dann halt alles kontrolliert ob das so passt und hier bei der buchung müsste halt immer auswählen art der buchung ist es jetzt eine einnahme gewesen ist es eine ausgabe meistens hatte ich hier immer nur eigentlich einnahmen und ausgabe falls es aus irgendeinem grund gar nichts von beiden ist dann habt ihr noch die möglichkeit einer freien buchung dann zählt es weder als einnahmen noch als ausgabe und da seht ihr dann halt hier alles aufgelistet zahlungsdatum müsste eintragen also wann ist die einnahme bei euch auf dem n 26 geschäftskonten zum beispiel eingegangen da müssen natürlich immer kontrollieren ob das ja alles richtig übernommen wurde genau dann gibt es noch hier das wertstellungsdatum ihr könnt euch hier beim fragezeichen auch immer noch mal vorlesen durchlesen was jetzt hier das genau bedeutet was ihr genau eintragen müsst da wird es noch mal erklärt für euch ja oft war es so dass zahlungs- und wertstellungsdatum gleich waren muss aber nicht immer so sein deswegen lieber noch mal den fragepunkt durchlesen ja dann beleg nummer könntet ihr noch eintragen ansonsten hier natürlich sternchen eine pflichtangabe der buchungstext und da könnt ihr hier auf diese lampe gehen und da geht es darum was das jetzt für eine art von einnahme zum beispiel ist gehen wir jetzt mal auf art der buchung einnahme ihr könnt ihr auch vorlagen wählen das ist auch cool gehen wir mal vorlagen hier zum beispiel wenn ihr jetzt hier bestimmte erlöse hattet aus einem anderen eu land störflichtige sonstige leistungen dann könnt ihr dafür die vorlage nehmen da ist nämlich dann hier schon alles eben vorausgefüllt hier der ganze buchungsbereich und da spart euch noch mal arbeit mit den vorlagen hier da gibt es hier ganz viele vorlagen ihr könnt ihr auch im suchfeld nach einem bestimmten wort suchen für eine vorlage oder zum beispiel hier betriebsbedarf das ist hier natürlich eine ausgabe sieht doch gleich ob das hier eine ausgabe oder eine einnahme ist betriebsbedarf wäre natürlich eine ausgabe falls ihr irgendwas für euren betrieb irgendwie gekauft hat am betriebsbedarf dann könntet ihr die vorlage wählen als ausgaben vorlage und dann würde dann hier schon sehr viel für euch eingetragen sein ich sparte ich dann damit halt auch arbeiten müssen nur noch ein paar kleinigkeiten anpassen ansonsten der bei buchungstext wie gesagt immer gucken was es halt ist geht es um ja zum beispiel privateinlage bank also wenn ihr von eurem privatkonto auf euer geschäftskonto was eingezahlt habt dann wäre es zum beispiel eine privateinlage dann wäre das hier der buchungstext oder geht es um einnahmen die ihr gemacht habt dann ist das meistens findet das meistens hierbei erlöse da müsst ihr natürlich noch gucken welcher erlös ist am anfang manchmal nicht ganz so einfach deswegen kann ein steuerberater schon vom vorteil sein ansonsten könnt euch wie gesagt hier im programm gut belesen mit den hilfepunkten die ich schon gezeigt habe oder auch in dem forum was jetzt hier das richtige für eure einnahme wäre da muss man halt einmal gucken wenn ihr dann aber einmal wisst ihr habt ja meist so ein paar verschiedene arten von einnahmen so steuerrechtlich gesehen wenn es dann einmal wisst welche art ist möglich ist dann könnt ihr dann meist wie viele einnahmen auch das gleiche dann nehmen weil es halt bei euch der gleiche typ dann ist an einnahme und somit habt ihr nur am anfang einmal die arbeit euch da hier zu informieren was jetzt für euch hier relevant ist und dann irgendwann habt ihr das drinnen und drauf und ihr könnt euch auch neben den vorlagen die es hier von tags gibt könnt ihr euch auch eigene vorlagen erstellen das hatte ich dann bei mir auch gemacht und zwar könnt ihr dann hier mal falls ihr hier eine buchung komplett ausgefüllt habt könnt ihr dann hier sagen aus der buchung eine vorlage erzeugen und dann habt ihr das dann hier auch bei vorlagen drinnen bei der nächsten buchung könnt ihr dann hier einfach eure eigene vorlage auswählen und müsst dann halt hier nur noch ganz wenig sachen anpassen so habe ich das auch gemacht genau dann müsst ihr natürlich immer noch eure sachkonto auswählen das ist dann quasi auch wieder die art der einnahme oder die art der ausgabe müsst ihr euch hier wieder einen text durchlesen was dann jetzt halt zu eurer einnahme oder zu eurer speziellen ausgabe hier passt und dann eben auswählen ja dann haben wir noch das geldkonto da geht es meines wissens nach darum ja auf welches konto jetzt die einnahme eben bei euch eingegangen ist beim n 26 geschäftskonto wer ist halt hier die bank ganz normal genau und dann hier unten seht ihr dann halt hier die übersicht ja wie viel einnahmen ihr da jetzt hier gerade gebucht habt seht ihr dann halt es taucht dann hier unten auf wenn ihr den betrag eingetragen habt der soll dann schon voreingetragen sein wenn ihr konto die daten hier übernommen hat ins programm soll dann hier schon betrag dastehen falls irgendwas nicht passt könnt ihr aber jederzeit hier anpassen könnt ihr noch sagen ob brutto oder netto meist sollte es natürlich brutto sein wie es hier vor eingestellt war so war es bei mir zumindest glaube ich immer genau und ja ansonsten habt ihr hier unten noch einstellungen da könnt ihr hier noch allgemeine einstellungen für die buchung treffen wie ihr das für euch am liebsten mögt und dann hier unten auch mit ok oder mit übernehmen und ok speichern ja und dann seht ihr am ende alle eure buchungen wenn ihr dann alle wirklich drinnen habt von euren konten importiert zum beispiel im n 26 geschäftskonto von einem paper konto und das alles kontrolliert haben auch richtig angepasst habt dann habt ihr hier alle achso natürlich bei einer buchung wenn ihr das hier bei einer buchung bei einer einnahme zum beispiel von einem konto hier fertig ausgeführt habt müsst ihr natürlich noch auf buchen drücken damit es dann hier oben in die liste übernommen wird und dann seht ihr das hier oben in der liste ihr könnt ihr auch jederzeit eine buchung löschen ihr könnt auch eine kopieren komplett dass ihr dann bei der nächsten die zum beispiel ähnlich ist weniger arbeit habt und ja und am ende wenn ihr die buchung hier alle gemacht habt dann könnt ihr dann halt am ende auch hier also wir müssen natürlich einmal noch hier einmal ich würde euch empfehlen hier nach der reihe durchzugehen so habe ich am anfang auch gemacht gucken ob das hier für euch relevantes betriebsvermögen hier steuer steueranmeldungen ob wir da was machen müssen zum beispiel könnt ihr auch die umsatzsteuer voranmeldung machen mit einer vorlage von tax oder lohnsteueranmeldung falls ihr mitarbeiter habt was für uns jetzt vieles meist nicht relevant ist und wenn ihr dann alles durchgegangen seiten alles soweit fertig habt dann kommt ihr dann jetzt zur einnahmeüberschussrechnung zur eur eben die man ja so vom hören kennt und hier könnt ihr jetzt halt die werte dann übernehmen dann werden halt eure ganzen buchungen die wir eben gemacht haben werden dann halt übernommen automatisch und dann berechnet das programm die für euch automatisch und gibt euch dann am ende das eben aus und zeigt euch alles an so dass ihr euch das nochmal durchlesen könnt kontrollieren könnt aber im prinzip wenn ihr hier die buchung einmal alle ordentlich eingetragen habt erstellt dann das programm ist für euch automatisch und ihr geht dann hier drauf auf einnahmeüberschussrechnung also erstmal auf werte jetzt übernehmen also die werte von den buchungen übernimmt und dann hier auf einnahmeüberschussrechnung könnt ihr dann drauf gehen müsst dann hier noch ein paar daten ankreuzen seht dann auch hier unten bei dem gewinn könnt ihr auf den pfeil drücken seht ihr genau wie viel einnahmeausgaben ihr hattet und wie viel gewinn jetzt bei euch dann hier entstanden ist das Ergebnis da und können dann da bestimmte daten die dann schon hier die bei dem gewinn zum beispiel könnt ihr draufklicken und das angucken und können dann da hier sachen rein übernehmen hier bei dem stift könnt ihr das anpassen und hier oben eben die richtigen sachen ankreuzen das heißt ihr müsst ja wirklich nur noch ein paar sachen ankreuzen geht dann auf ok und dann berechnet das programm die eur für euch automatisch wenn ihr euch das dann nochmal durchgelesen habt und kurz kontrolliert habt und das soweit alles passt in euren augen dann könnt ihr hier die einnahmeüberschussrechnung abgeben und dann euch eben mit elster verbinden und könnt ihr dann direkt über das programm eben online bei eurem finanzamt abgeben und direkt über das programm einschicken und müsst ihr euch dann wenn ihr es abgegeben habt erstmal dann um nichts weiter kümmern ja genau das ist es dann im prinzip schon zur einnahmeüberschussrechnung so grob hier aber dann auch die umsatzsteuererklärung falls ihr schon eine machen müsst und auch die gewerbesteuererklärung falls sie für euch schon relevant ist die könnte dann hier auch noch machen oder ansonsten würde dann blieb dann bei mir im ersten jahr nur noch die einkommenssteuererklärung übrig und da gehen wir es auch noch mal ganz kurz rein die haben wir dann hier bin ich auch drauf geht da auch auf neu wenn ihr die zum ersten mal macht und hier gibt es jetzt hier wieder die nächsten schritte die würde ich euch auch empfehlen hier zu befolgen die nächsten schritte die euch tax empfiehlt und zwar könnt ihr einmal die bescheinigung vom finanzamt abrufen das soll dann auch wieder über elster laufen geht ihr dann drauf gebt hier eure daten ein hier von elster verbindet euch mit eurem elster account da habt ihr die zertifikats datei und ja dann ruft ihr da hier die bescheinigung für euch ab und importiert die automatisch ins programm so dass ihr euch da auch nichts um nichts weiter kümmern müsst ja dann hier steuerbox aktivieren themen auswählen genau geht da hier einfach einmal die schritte durch bei themen auswählen geht es darum wir haben ja hier links ganz schön viele themen und da könnt ihr dann halt in der liste wir gucken kurz hier könnt ihr halt die abhaken die ihr nicht braucht zum beispiel falls ihr kein arbeitnehmer seid weil wir eben selbstständige affiliates und einzelne unternehmen haben können wir zum beispiel den punkt arbeitnehmer schon mal rausnehmen und wenn ihr dann hier alles rausgenommen habt was für euch nicht relevant ist können wir dann auf ok klicken und habt dann somit hier weniger punkte und findet euch hier besser zurecht das ist der sinn davon deswegen es macht auf jeden fall sinn wenn ihr hier schritt für schritt die ersten hier die nächsten schritte die hier empfohlen sind von tags erstmal durchgeht ja dann bei persönliches tragt ihr natürlich hier wieder eure persönlichen daten ein außer es wurde für euch schon hier vorausgefüllt kann natürlich auch sein zum beispiel von den daten von elster die ihr importiert habt oder auch von der eur falls ihr die importiert habt ja dann kapitalerträge da müsst ihr dann zum beispiel gewinne aus aktien und so haben dass etfs oder auch kryptowährungen das könnt ihr dann hier alles eintragen wie gesagt könnt ihr euch jetzt immer alles durchlesen kriegt ihr noch anleitungen es würde zu lange dauern wenn wir jetzt jedes jahr reingehen zum detail ich habe wie gesagt nochmal spezielle tutorials zu bestimmten themen punktuell machen so dann kurze maximal zehn minuten videos denke ich mal ja hier haben den punkt gewinneinkünfte gewinneinkünfte müsste dann noch der punkt sein wo ihr dann von eurem gewerbe also von eurem einzelunternehmen dann eure eur von der gewinnermittlung importieren könnt dass ihr das dann hier nicht nochmal alles machen müsst sondern das ist einfach nur noch importiert automatisch in die einkommenssteuererklärung genau genau da gehen wir nämlich hier auf betrieb laufende einkünfte und dann hier die gewinnermittlung erfolgt durch bei uns am anfang die einnahmenüberschussrechnung wenn ihr irgendwann größer sein solltet viel umsatz habt und alles dann kann es auch irgendwann die bilanzierung sein könnt ihr ja auch mal googeln ab wann das der fall ist ansonsten am anfang ist es meistens so bei mir war es auch die einnahmenüberschussrechnung dann wählt ihr dann hier aus war sogar schon drin und hier den punkt habe ich auch gelassen programm unterstützte eingabe ist natürlich immer einfacher von uns ah nee sorry wir gehen natürlich auf ist bereits anders erstellt worden den punkt wählt ihr dann aus artes gewerbestag hier oben dann erstmal wieder ein ist bereits anders erstellt wurden und hier können wir jetzt sagen die daten sollen aus der gewinnermittlung importiert werden die wir eben schon gemacht haben die euer bei dem punkt gewinnermittlung und da können wir sind import aus der gewinnermittlung starten deswegen habe ich auch gesagt zuerst die gewinnermittlung machen für euer gewerbe dann könnt ihr es dann hier in eure einkommenssteuererklärung wo es ja um euer gesamtes einkommen geht also auch private einkünfte und sowas könnt ihr das dann hier importieren eure geschäftlichen eure gewerbeeinkünfte hier mit diesem text link klickt ihr dann drauf und könnt das dann können dann den import starten und somit geht es auch wieder schnell und einfacher und ihr seid da schneller fertig am ende wenn ihr fertig seid dann immer auf ok drücken nicht vergessen genau dann gibt es noch vermietung und verpachtung falls irgendwie immobilien vermietet oder so falls ihr vermieter seid da gibt es hier sachen zum eintragen rente falls ihr sowas schon habt wie eine rente könnte man das hier eingeben weitere einkünfte ja muss man am anfang einmal durchgehen und wenn ihr das dann einmal hier alles raus habt was für euch relevant ist dann geht es dann beim zweiten mal später viel schneller natürlich also da nicht verzagen stück für stück macht euch da keinen stress ich mache es meistens immer so dass ich ja im januar mich einfach jeden tag zwei stunden hinsetze und hier weitermachen also ich mache mir da keinen stress macht zwei stunden dann mache ich halt am nächsten tag weiter wieder zwei stunden so lange bis ich halt fertig bin und dann bin ich meistens spätestens im februar fertig und kann dann alles hier über das programm direkt einschicken bei meinem finanzamt hier direkt online dann die einkommenssteuererklärung und die gewinnermittlung an elster übermitteln hier mit tax das ist ja das schöne ja die haushaltsnahen aufwendungen haben wir zum beispiel auch noch sonderausgaben das weiß ja alles für mich nicht so viel relevant bei der letzten steuererklärung erinnere ich mich außergewöhnliche belastungen ich glaube ich auch nicht wirklich wie gesagt solltet ihr natürlich am anfang ja einmal jeden punkt durch geht ob ihr das braucht hier für euch ob ihr hier noch etwas eintragen müsst sonstige eingangaben haben wir hier noch verwaltung irgendwie für eure arbeitszimmer oder für euer home office könnt ihr gucken ob euch da vielleicht noch sachen erstatten lassen könnt hier corona steuercheck könnt ihr auch machen falls ihr irgendwie von corona irgendwie betroffen wart so könnt ihr hier dann auch checken ob ihr euch wegen corona noch etwas erstatten lassen könnt ob das für euch relevant ist ja und ansonsten am ende könnt ihr das dann hier auch wieder abgeben und eben über elster abgeben und somit hier direkt online über das programm an euer finanzamt übermitteln ganz einfach und schnell so dass ihr euch dann danach nicht mehr darum kümmern muss und nicht irgendwelchen papierkram noch habt ein paar brief wegschicken müsst ihr macht das hier alles schön bequem online so habe ich das auch gemacht ja und hier gibt es dann sogar noch den punkt nachbearbeitung falls euch euer finanzamt irgendwas zurückschickt was nochmal nachbearbeitet werden muss könnt ihr das dann hier auch direkt eben machen könnt ihr sogar auch einsprüche einlegen falls ihr etwas nicht einverstanden seid mit irgendwas was euch das finanzamt zurückgeschickt hat da gibt es hier auch ein programm muss dazu also ihr seht ihr seid mit dem programm schon rund um ganz gut abgesichert selbst als anfänger und ansonsten gibt es wie gesagt habe ich euch davon gezeigt dass sehr viele hilfen und tutorials hier im programm es gibt das forum es gibt hier meinen youtube kanal wo man es wie gesagt gerne in den kommentaren austauschen können ja damit würde ich das video ist ganz gerne beenden passt ganz gut ja schreibt mir ich hoffe es konnte euch ein bisschen weiterhelfen das war nicht zu viel durcheinander und war jetzt auch nicht zu lang ich werde dem video noch kapitel hinzufügen dass ihr dazu in passenden stellen für euch springen könnt ansonsten schreibt mir gerne die kommentare unten rein ja wie ihr das macht mit den steuern als selbstständiger oder als selbstständiger affiliate vor allem wird mich natürlich interessieren ja was nutzt ihr da habt ihr vielleicht schon einen steuerberater welches steuerprogramm nutzt ihr wie macht ihr das so was sind eure erfahrungen damit habt ihr noch irgendwelche tipps und tricks für die steuererklärung als einzelunternehmer und ansonsten wenn ihr noch irgendwelche fragen habt gerne auch rein damit und ja checkt auch wie immer gerne meine road to affiliate playlist ab findet ihr oben beim i und auch in der video beschreibung da gibt es eben alle tipps und tricks wie ihr mit affiliate marketing und eurem gewerbe halt gut startet so dass wir uns dann auf das wesentliche nämlich unsere affiliate marketing konzentrieren können und unser gewerbe gut läuft ja ansonsten könnt ihr euch auch gerne noch meine drei online kurs booster angucken findet ihr auch beim i und auch in der video beschreibung ja für alle von euch die schon öfter mal online kurse gekauft haben damit bisher aber kaum erfolge erzielen konnten da zeige ich euch meine drei besten tipps die mir geholfen haben bessere ergebnisse mit onlinekursen zu erzielen ja gut ansonsten wie gesagt alle links zum video und zu den programmen zur software findet ihr in der video beschreibung und im angebenden kommentar dann soll es das gewesen sein ich hoffe wir sehen uns im nächsten video vielleicht schon wieder bis dahin ciao ciao euer chris